Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sherlock Holmes. So, ich nehme mal an, das Phanthouse ist nicht das, sondern das hier. Nein. Das hier? Nein. Nein. Ach, hier. Oh, es tut mir leid, dass ich gehen muss, aber wir haben es früh, 3.08 Uhr. Ich kann nicht schlafen, ich nehme auf. Ja. So muss es sein. Da ist eine Leuchtpistole. In order to imitate the flash of the fireworks. Hm, 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 hm. Ja. Oha, was ist das? The Rams Heads. This necklace belongs to the five Rams of Mitterlin Collection. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, ten years after the theft. Okay. Hm, hm, hallo Kenneth, du hast mir mal einen kleinen Schnuffstück noch wieder erzählt aus dem alten Griechenland. Was ist das denn? Es ist breit für den Preis von München bezahlen. Brian Bercotti. War das nicht der zweite Tote? Das war doch der zweite Tote. Das war doch der zweite Tote. Das war doch der zweite Tote. Willst du das? Er war das nicht. Jetzt mal wieder beim Top E-Mort! Ich verstehe! Es sieht so aus, dass Herr Butler ein vorsichtiges Rekord seiner Operation hat. Boah! Da ist aber immer noch... Wer hier? Wer ist das? Ja, was stimmt doch da nicht? Nein, gar nichts von den beiden! Ja, was stimmt doch da nicht? Nein, gar nichts von den beiden! Ich... Der Fall ist mir gerade ein bisschen zu hoch! Ich kann keiner erzählen, dass der junge Bursche was damit zu tun hat! Wer ist das? All the time, like that. I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh, no. Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Is he alright? I knew something about the light gun. Where? How? When? Why? What? Besonders I need a light gun, um that firework to imitate, and a light gun to climb up the wall to climb up. Is that a joke? Das ist doch jetzt ein Scherz. Aber Moment mal, auf der Wache eine Pistole, also eine Revolver, wo zwei Schüsse abgegeben sind. Es wurden aber drei Schüsse abgefeuert. Das heißt, es gibt noch eine zweite Waffe. Also der dritte Mann ist der Täter. Kletterausrüstung, wo wird die sein? Hallo, Kletterausrüstung? Um... Um... Kletterausrüstung, da muss ich mir die bei der Polente abholen. Ach bitte nicht. Hast du hier was drinnen? Nö. Doch, den Dolch. Ab zu Scotland, ja jetzt. Gib mal Kletterausrüstung. Mr. Holmes, what is the trouble with that lad? Isn't he guilty of murder? Woher bekomme ich Kletterausrüstung? Was ist das hier? Reicht da nicht einfach nur eine Leiter aus? Ich glaube nicht, dass er in seinem Pfandhaus Kletterausrüstung hat. Ist doch jetzt ein Scherz, oder? These tools are exactly what I need to climb the wall. Kletterausrüstung in einem Pfandleihaus. Ah. Da bin ich natürlich auch nicht draufgekommen. Aber über welche Wand sollte der da klettern, bitte schön. Wiggins, mein Lade, what are you doing here? You'd best be leaving and be quick about it. I've done nothing wrong. You'd learn more by watching Mr. Holmes. He knows exactly what he's doing. Not like you. Oi. Watch your tongue. Ich feiere dieses Kind. Das könnte ich sein. Constable Merrow. Watson. I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Leighton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Leighton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Leighton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes. You, Constable Merrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait five seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Let us begin, then. Catch me if you can. This wall is cast in shadow. It would be difficult to see anyone scaling it. Now, let's go. Okay. What? Was? Was hat geklappt? I can barely see anything. Holmes? Are you there? Where is he? Where is he? My god, a man can't just disappear like that. Hehehehe, dog. Holmes? Holmes! Where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen. I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am on my way down. Mm-hm. 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 Aber wir haben instant die richtige Wand ausgewählt. Das freut mich. Und da die Scheiben drinnen liegen, ist von draußen niemand reingekommen. Würden Scheiben draus liegen, wäre von drinnen niemand rausgegangen. Aha. It's empty. Someone broke through the window to get inside the attic. But in his haste, he ripped his jacket. Irgendwo ist doch hier noch was. Sonst wäre das schon fertig. Irgendwo auch da. Und ab in die Baker Street. Du wusstest, der ist es nicht. Korrekt ausgestellt. Ja, sag ich doch. Ja, und hier zwei unterschiedliche Schüsse. Jetzt ist aber alles rot. Ein schwieriger Fall. Der ist echt schwierig. Wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Bleibt gespannt. Genießt die Tage. Bye, bye.